Welche Charaktereigenschaften man als mobiler DJ haben sollte, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf Stage 223, dem Portal für DJs und Veranstaltungstechniker. Ich bin Jan und ich erzähle dir heute, welche Charaktereigenschaften ein mobiler DJ haben sollte und welche Sachen wichtig sind. Als mobiler DJ sollte man auf jeden Fall Zuverlässigkeit haben. Das heißt, man sollte auch wirklich seine DJ-Gigs nicht vergessen und auch Vorgespräche immer wahrnehmen und auch jeden Fall zuverlässig sein, weil das ist das A und O. Und das macht natürlich auch einen guten Ruf, wenn ich immer zuverlässig bin. Als nächstes ist das Thema Pünktlichkeit auch eine gute Charaktereigenschaft. Man sollte versuchen, bei den DJ-Gigs und auch bei den Vorgesprächen möglichst pünktlich zu sein. Besser auch lieber noch eine halbe Stunde vorher da sein. Also ich zum Beispiel fahre meistens immer noch eine halbe Stunde vorher los, sodass, wenn ich irgendwie noch beim letzten Setup irgendwas habe, was nicht ganz funktioniert, immer noch genug Zeitpuffer drin habe, dass ich pünktlich zum Beginn der Veranstaltung fertig bin und dann wirklich als mobiler DJ direkt starten kann. Eine weitere Charaktereigenschaft eines mobilen DJs sollte auf jeden Fall sein, dass man offen auf neue Leute zugeht, weil als mobiler DJ hat man ja quasi bei jedem Gig neue Gäste, neue Situationen, vielleicht auch neue Inhaber von den Locations, die vielleicht dann auch Probleme machen. Und deswegen immer wichtig, freundlich und nett auf neue Leute zugehen zu können und das solltet ihr als DJ auf jeden Fall können. Dann der letzte Punkt, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr wichtig ist, seid ein fröhlicher Mensch und versucht so freundlich wie möglich zu den Gästen, zu den Inhabern oder auch eigentlich zu jedem, denen ihr da auf so einem DJ-Gig begegnet, zu sein. Sei es die Putzfrau, sei es der Wirt, sonst wer. Also wirklich immer versuchen, freundlich zu den Leuten zu sein, immer gute Laune zu haben, weil ihr seid der DJ und ihr müsst eigentlich auch gute Laune verkaufen, auch wenn es sich komisch anhört. Aber ihr müsst halt gute Laune haben und die Leute animieren können. Also seid auf jeden Fall fröhlich, habt Spaß auf der Veranstaltung, zeigt das natürlich auch nach außen und motiviert die Leute zu tanzen, weil wie gesagt, das ist ja euer Job. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit auch immer freundlich seid, ist das natürlich super, aber es gibt natürlich auch mal so Gäste, die man nicht so gerne mag, beziehungsweise die einen nicht so gerne mögen und dann anfangen irgendwie da so ein bisschen rumzumeckern oder wenn man jetzt wieder den Song nicht gespielt hat, den sie sich ja schon dreimal gewünscht haben, der aber einfach partout nicht ins Repertoire passt aktuell. Deswegen versucht die Leute im ersten Step erstmal, ich sag mal, freundlich und direkt darauf hinzuweisen, nee, ihr könnt den Song jetzt leider nicht spielen. Sollte der Gast dann immer noch weiter meckern und auch nochmal vielleicht sogar auch anfangen irgendwie handgreifig zu werden oder so rumzupöbeln, dann solltet ihr auf jeden Fall den Weg zu der Person geben, die letztendlich dafür verantwortlich ist. Also in dem Fall den Auftraggeber, also das Brautpaar bei einer Hochzeit zum Beispiel oder Trauzeugen, die darauf hinweisen und vielleicht sogar auch in eurem DJ-Vertrag sowas reinschreiben, dass wenn sowas passiert und dass wirklich da ihr auch vielleicht sogar irgendwie ein Gast handgreiflich wird oder sonst irgendwas, ihr euch auch die Option offen haltet, entweder die Veranstaltung im ersten Moment abzubrechen, was ihr auf jeden Fall machen solltet, meiner Meinung nach, oder die ganze Veranstaltung am Ende des Tages dann auch abzusagen, weil sowas geht meiner Meinung nach nach gar nicht. Also da sollte natürlich dann die Freundlichkeit irgendwann auch aufhören und dann sollte man natürlich dann auch direkt und bestimmt sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Welche Charaktereigenschaften habt ihr denn so als mobiler DJ? Habe ich noch irgendwas vergessen? Schreibt doch gerne mal einen Kommentar unter das Video, ich würde mich da freuen, wenn es da bestimmt noch ein paar Sachen gibt, die man vielleicht noch so als Charaktereigenschaften als mobiler DJ haben kann. Des Weiteren könnt ihr gerne bei uns in der Stage 2 zu 3 Community posten, die habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen YouTube-Kanal abonnieren würdet, dazu einfach hier unten links auf das Icon klicken und dann ist quasi ein Abo dabei und dann verpasst ihr auch keine neuen Videos wie zum Beispiel dieses hier. Wie immer am Ende sage ich Practice and Enjoy!